Ich bin jetzt bei meinem Mädel in Berlin Die sagte, Franz mag's nicht zu mir nach Kreuzberg ziehen Zum Pinkeln muss ich sitzen, darf nicht stehen Naja, egal, ich werd im Bundestag gleich gehen Und der Altersunterschied ist nicht so schlimm Den merkst du nur, wenn du den Müll mal runterbringst Denn wohnst du Altbau und im vierten Stock Dann hast du da drauf manchmal einfach keinen Bock Und trotzdem, Kreuzberger Nächte sind lang Und Kreuzschäden fallen auch mal an Aber erst fangen sie ganz langsam an Aber dann Aber dann Aua! Ich kann den Mülleimer nicht runterbringen, musst du selber machen